Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es ein kleines Notfallvideo, denn wie ihr schon hört, höre ich mich nicht so toll an. Ich bin ein bisschen krank und ich hätte jetzt einfach nicht hinbekommen ein normales Video zu machen. Ich hoffe, dass das bis Samstag wieder funktioniert, weil ich würde ungern die Baby-Challenge ausfallen lassen. Wenn es dann so wäre, dann ist das halt leider so. Aber ja, wir kriegen das schon irgendwie hin. Ich bin schon dabei fleißig Tee zu trinken etc. Aber ja, das Video hier wird jetzt weiterhin nur mit Musik laufen, denn ich möchte natürlich meine Stimme schonen und euch nicht voll husten. Denn das wird in den nächsten paar Minuten passieren, wenn ich weiterhin rede, weil meine Stimme gar nicht klarkommt auf ihr Leben. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das kleine Makeover zu den Monschein-Sims, denn die haben wir ja im letzten Part nicht mehr umstylen können. Gut, wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dahin und Tschüss! 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 Amen. Amen. Amen.